Dann starten wir doch auch gleich das YouTube Video. Also, hallo an alle auf YouTube. Es gibt eine kleine Änderung bei diesem Let's Play. Und zwar werde ich das nebenbei noch streamen. Ab und zu werde ich streamen, ab und zu einfach mal offstream ein paar Videos machen. Ähm, irgendwie so. Ja, wann ich das hochlade, weiß ich noch nicht. Ähm, der Stream ist jetzt auf jeden Fall am 3. Januar. Ich hoffe, ich kann das bald mal hochladen auf YouTube. Age of Empires läuft auch noch. FIFA muss ich ja auch noch spielen. Ähm, ja. Gut. Dann würde ich sagen, bringen wir einfach los. Nee, nicht das Schwert. Aber weiß ich die Steuerung noch. Oh shit. Ja, das war die falsche Taste. Ja, das fängt ja gut an. Ja, hier stinkt's. Ja, hier stinkt's. Äh, ich muss auch mal kurz die Steuerung gucken. Ausweichen. Ja, ja. Spacebar. Kampf. Ah ja, so kann ich die Waffen noch vorne nehmen. Nur die zwei, hä? Ja, gut. Ist kein Problem. Die Jacke, die will ich nicht hier am Stuhl haben. Die muss da nach hinten gehen. So. Dann gehen wir rein da. Oh, das sieht mir nach einem Bosskampf aus. Ja, das fängt ja gut an. Die Blutfaust. Ah ja. Ah ja. Fängt ja sehr gut an. Ah ja. Gut. Holy shit. Ja. Och, das sind die Dinger nervig. Ja, super. Also, äh, guter erster Versuch. Ich glaub, das erste Mal, dass ich in dem Let's Play gestorben bin. Gut, da muss ich ein bisschen anders rangehen, hä? Oh man, ey. Dass ich überhaupt sowas spiele, ne? Das ist wie ein Sekiro oder Dark Souls vom Schwierigkeitsgrad. So, ich muss jetzt als erstes direkt mal hier die Dinger zerstören, die die foilen ist. Ah ja. Ja, renn doch, du Trottel. Ah, ich hab ja die Aussau. Ja. So. Renn, du Trottel. Okay, ich hab keine Ausdauer mehr. Ich muss erst mal die Kleinen beseitigen, ne? Die, die den bösen Damage machen. Da. Ja, ja. Oh man, oh man, oh man. Das ist unangenehm, du. Da ist auch ein Kleiner. Der Große ist wo? Da haben wir ihn. Komm. Oh Gott. Hä? Durch die Wand? Holy shit. Ja, geil. Danke. Danke. Ich bin mal weg. Na ja. Oh Gott, oh Gott, oh was. Oh, ne Munitionskiste. Nehme ich mit. Weil ich hab ja... Für die eine Waffe jetzt nicht so verdammt viel, ähm... Munition. Man, oh man, oh man, oh man, oh man, oh man, du. Renn mal weg hier. Nein, er hat mich getroffen. Der Wichser. Ich kann mich nachher nur noch einmal... Oh lol, der kann auch runterspringen. Alles klar. Und ich kann mich nicht mehr heilen, lol. Aber doch, jetzt kann ich wieder. Nein! Oh! 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 Schön, wie ist eigentlich von der Lautstärke her? Ist es okay oder... Nicht gut. Ist es in-game zu laut. Oder laggt es ein bisschen? Ich hab das Gefühl, irgendwie laggt es. Aber... I don't know. So. Weg mit ihm da. Da ist noch einer. Fuck! Was ist los mit dir? Mein Freund. Die Headshots müssen rein. Ballern. Ja, 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 ja. Ah, Gott! Ja, das tut weh. Hör endlich auf zu bluten. Ja, hör auf zu bluten, genau. Fuck. Ich bin in einer Sackgasse, ne? Fuck my life. Reflect ab und zu, aber ist bei dem Game normal. Alles klar. So, heil dich mal. Was macht er jetzt? Lol! Ja, jetzt bin ich tot. Oh, Mann! Oh, ho, 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 ho. Es ist nicht so einfach, der erste Boss, ne? Wobei, der Boss selber ist nicht schwierig. Aber die kleinen Wichser. TFT, Silber 4. Oh, ich spiel nicht mal mehr TFT. Oh, ich dachte, wo ist denn jetzt der Boss hin? Ja, wo ist denn der Boss? Ah, da hinten. Oh, ich bin mal weg. Ich hab einen Eigenschaftspunkt bekommen. Ah, ich mach das nachher. Ja, ja. Ja, ja. Weg mit euch. Fuck my life, Alter. Ja, das war ein Headdy. Lol! Durch die Wand schon wieder. Hör mal auf damit. Das ist nervig, wenn der die ganze Zeit mich durch die Wand trifft. Oh, da war jetzt grad ein Kleiner da oben, oder? Ah, die Blutung. Die ist natürlich doof. Ja, ich bin definitiv in Schwierigkeiten. Halt, ich mach mal ein Kleiner. Mal schön nachladen. Ja, du bist wirklich ein Bastard. Einfach nicht... Oh Gott, wieder durch die Wand. Ist das dumm. Schon wieder fast tot. Ja, die kommen halt von hinten und überall. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist unangenehm. Ich hab mal einen Eigenschaftspunkt. Mach ich mehr Leben? Oder mehr Ausdauer? Gut, ich hab nur... Ah, mach mal so. Mehr Leben. Hab ich ein bisschen mehr. Das ist unangenehm, der Boss. Das ist unangenehm. Komm schon. Ja, gut. Weg mit euch. Wexern. Komm schon. Weg mit euch. Sehr gut. Jetzt da nach hinten gehen. Das ist schon mal besser als vorhin. Ah! Ja, schlag deine Kollegen kaputt. Das ist gut. Das ist in Ordnung. Ich geh mal da rein in den Raum. Ja, dusch mal wieder. Ach, leck mich. Komm schon. Oh, fuck. Auch mal weg. Hat er nachgeladen. Hat er. Das ist in Ordnung. Jetzt die Bar. Ah! Ja. Okay. Die Munitionkiste wäre nice. Die war, glaube ich, da oben irgendwo, oder? Sekundäre Munition. Das ist auch gut. Oh, fuck. Ich bin jetzt schneller. Holy shit. Geh mal runter. So. Was macht er? Was ist das da drüben? Am Checkpoint ausruhen. Ja, sicher nicht. Oh Gott. Gott. Kommt nochmal so ein kleiner. Ja. Ja. Sehr gut. Jetzt noch ein bisschen heilen. Sehr gut. Oh, ich bin da ein bisschen in der Ecke. Das ist nicht geil. Piss dich, Junge. Joa, Glück gehabt. Hier. Ne, das ist keine Munitionskiste. Fick mich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm schon. Ja, es ist nicht mehr viel. Es ist nicht mehr viel. Komm schon. Ja. Oh. Ich hab's geschafft. Das war übel. Puh. Das war übel. Ja. Ich hab keine Munition mehr. Boah, jetzt hab ich im Inventar was bekommen. Was ist das? Wutstaub. Höht Feuerrat und Nachleidergeschwindigkeit. Boah. Ne, Stachelmasse. Wertvolle Ressource, die von Blutfaust fallen gelassen wird und zur Herstellung eines mächtigen Waffenbots verwendet werden kann. Alles klar. Suchen wir noch ein bisschen Munition. Ich weiß nicht, ob ein Checkpoint schon kommt, daher ein bisschen auffüllen, das Zeugs hier. Altmetall kann ich auch brauchen, das ist das Geld hier. Fast. Wo geht's raus? Da drüben. Oh. Keine Ahnung, warum es im Stream laggt. Bei mir lagts überhaupt nicht. Das ist ein bisschen belastend, das Ganze. Sie hat alles auf Niedrig stellen. Ist das ein großer Unterschied? Zeig mal. Ja, auch auf Niedriger Gra... Okay, auf Niedrig sieht's doch nicht so krass aus. Muss ich ganz ehrlich sein. Das ist jetzt wirklich nicht so krass. Ultra. Ah, dann lagts noch mehr. Also ich könnte's wahrscheinlich, wenn ich's außerhalb von Twitch oder so spielen würde, könnte ich's locker auf Ultra spielen. Das sowieso. Maximal Bildrate pro Sekunde 0. Latenz minimieren. Off. Binnen wir mal. So 60 FPS zeigt's mir an, hab ich. Von daher... I don't know. Binnen wir mal raus da. Das war ja, weißt du. Gut, zum WhatsApp was, Bernd Orden. So, also dann kann ich ja jetzt diesen Part mal beenden. Da hab ich mal schön einen Bosskampf drin gehabt. Und, ähm... Ja, das YouTube-Video, das ist jetzt schön fertig. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum morgigen Video. Adios. Bis zum morgigen Video.